Das ist jetzt nur dein, nicht? Da wird doch gar nicht alles warm. Wir haben doch noch Benzin, Alter. Alter, ich bin gar nicht so alt. Alter, sitzt du aus und trinkt Raki, Alter. Soll ich das jetzt anmachen? Erstmal Benzin. Willst du dich? Nein, erstmal mach ich das so an, ja? Was sagen die für den Grill? Nichts. Was sagst du? Miep, miep. Was sag ich davon? Miep, miep. Was sagen die Grill? Oh, ich bin so heiß, mach mich an. Steht ja doch nicht mal so, ob man diese Brenneinlage da drunter oder da drauf hinkriegt. Nein, warte, bitte. Okay? Okay. Ich mach das erst damit und dann gucken wir, ja? Das ist schlecht. Wenn das Benzin da draufhüllt, dann zieht das in der Flasche rein. Unter anderem. Ja, aber ich hab Angst, wenn du das erst draufmachst, dass du so einen Boom machst. Oh, das ist eine Zweige. Dann mach ein bisschen die Kohle nass. Halt mal. Auch ein bisschen. Aber nicht so viel, ne? Hast du dir nur einen Tropfen? Stopp! Das ist verrückt. Ich bin verrückt. Du verrückter Schuhstuhl. Du bist mit der Tasche weg. Ja. Und? Okay, nicht der weg. Die Pappe da hinten. Und die Schuhe wären cool. Die kannst du auch noch gleich drauflegen. Willst du essen? Will ich jetzt das anmachen? Ja. Oh! Oh ja. So, zündern. Willst du dich von etwas trennen? Ja, dann sollst du es. Kannst du den Kopf bitte nicht so drüber halten, weil der Witzel runter ist und du wirst uns verlösten. Lass uns schwimmen. Ich hab ein Gitter. In Benzin. Ne, ist klar. Alex, das Gitter noch nicht drauflegen, das wird schwarz. Das müssen wir ja drauflegen. Aber jetzt noch nicht, erst wenn dieses Feuer weg ist, weil du warten musst, bis die Kohle glüht. Das haben wir aber nicht so gemacht. Ich schon. Aber das ganze Gitter wird sonst voll schwarz, wenn du es jetzt schon drauflegst, weil das Feuer schweißt. Es ist ein Einweggrill, so egal, dass es voll schwarz ist. Echt. Wirklich, wenn das sowieso noch heute. Wenn das kaputt geht? Wenn das kaputt geht? Wenn das kaputt geht, haben wir den ganzen Grill wegklappenheizen. Ja. Das war so ein Einweggrill. Wow. Was machst du da? Wo willst du hin? Nicht auf dem Zelt, nicht Alex. Nicht auf dem Zelt. Jetzt könnt ihr eure Brötchen drauflegen. Was für ein Brötchen? Ich kann da rüberlaufen. Mach das nochmal. Alex, willst du Schläge? Grillst du in meinem offenen Feuer? Hä? Offen Feuer? Weil Alex, das legt das jetzt schon drauf. Geh, ich schau mich. Gar nicht. Marshmallows, Versuch. Alles. Kein Problem. Hör einfach nur Tests. Doch, ich hör dir zu. Hast mich auch schon gekratzt hier. Alter, hab mich voll komisch angeguckt, wo ich hier für die Katze hatte. Das hat dir doch neu gewöhnt, irgendwie. So bin ich drei Kilometer nach Hause gelaufen. Oh, ey. Ich würde das doch so, 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 in den Boden. Ne, 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 ne. Soll ich nicht machen. Jetzt schon flüssig. Ich so, bist du so weit weg? Komm doch mal näher. Ja. Nee. Zahn. Nee. Das ist trocken. Ich will alles dafür geben, noch mehr Benzin aufzunehmen. Ja, aber das ist so ein anständiger Ort und das ist nicht so, wie auf Blackfield. Ich will wirklich alles in Flammen rissen. Das riecht nach Kirmes. Hm, 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 hm. Das ist voll aufgeflüschert. Das ist manchmal das mit Zucker drumherum, oder? Ja. Das ist jetzt karamellisiert, ne? Ja. Was willst du bei mir? Ich will schon gut. Willst du dich schlafen legen? Willst du dich hinsetzen? Zugucken, die gibt's. Mal sag zum Grinnen, oh, mir ist warm.